Heute geht es um das Nichts hinter dem Universum vor dem Big Bang, wie auch immer man das nennen mag. Und was hat das Ganze mit dem schwarzen Loch zu tun? Wo geht die ganze Materie im schwarzen Loch hin? Was ist hinter dem schwarzen Loch und was hat es alles mit dem Nichts zu tun? Hier einfach mal eine kleine Theorienausstellung in diesem Video. Nach Lawrence Krauss, dem US-amerikanischen Physiker, entstand das Universum aus dem Nichts. Die Theorie des Big Bangs besagt, dass vorher alles auf einem Punkt konzentriert war und das Universum dann explodierte, expandierte, so wie wir es heute kennen. Doch die Frage ist, was war vor dem Big Bang? Viele sagen ja, dass nichts, wie vorhin schon gesagt, Lawrence Krauss glaubt daran, vorher gab es einfach nichts. Aber das ist einfach so schwer zu begreifen und man sollte eigentlich nicht darüber reden, weil die Menschheit nie erfahren wird, was vor dem Big Bang war. Aber wir tun es heute trotzdem und werden heute ein bisschen darüber reden. So und ich wollte noch vorher ein Wort zur Urknalltheorie sagen. Und zwar, wenn wir uns hier nochmal diesen Kegel anschauen, vom Urknall bis zur Expansion, dann haben wir eine gesamte Expansion mittlerweile von 13,7 Milliarden Lichtjahren. Das heißt, 13,7 Milliarden Lichtjahre ist der kürzeste Weg vom Urknall bis zum Ende da, wo wir jetzt ungefähr sind. Und das Licht braucht, wie gesagt, 13,7 Milliarden Jahre, bis es an diesen Punkt gelangt. Das beobachtbare Universum allerdings ist circa im Radius 46 Milliarden Lichtjahre groß. Die gezeigte Darstellung hier ist allerdings nicht maßstabsgetreu. So, jetzt haben wir ein paar Background-Informationen. Jetzt ist aber immer noch die Frage, was ist das Nichts und was hat das alles mit einem schwarzen Loch zu tun? Wir leben also in einem Universum, das flach, rund, gewellt, wie auch immer ist. Und was ist hinter dem Ereignishorizont, was ist hinter dem Universum? Ist da wirklich das Nichts? Andere Theorien besagen, dass es Multiversen gibt, also andere Universen hinter unserem oder neben unserem Universum. Aber warum kann man die da nicht sehen? Warum sieht man nur bis zu einem gewissen Punkt? Warum ist es dahinter dunkel? Was ist das? Ist das vielleicht die schwarze Materie, die dunkle Materie, wie auch immer man die nennt? Oder was ist denn dazwischen? Ist das vielleicht wirklich einfach nur das Nichts? Für den menschlichen Verstand ist das Nichts schwer zu begreifen, denn da hören die Naturgesetze auf. Hier kann man mit Physik nichts mehr beschreiben. Es gibt natürlich noch die Unendlichkeitstheorie oder die Theorie, dass es immer schon da gewesen ist, dass das Universum schon immer da war. Aber woher entstand es? Was war ursprünglich? Was gab es davor? Und da finde ich die Nichtstheorie viel einfacher zu begreifen. Und ich versuche das auch nochmal zu erläutern, was das Nichts genau bedeuten könnte. Es gibt übrigens auch noch eine neue Theorie, die besagt, dass alles zwischen den Galaxien vielleicht sogar auch nichts sein könnte. Man sagt, das Nichts ist ein Vakuum, ein leerer Raum. Das Nichts ist quasi nicht existent. Wie könnte also aus dem Nichts etwas entstehen? Und da kann man sich ein bisschen der Quantenfeldtheorie nähern. Das heißt, aus dem Nichts könnte ein Fehler im System entstehen, eine Fluktuation, eine Schwankung. Das Nichts ist endlich, aber auch unendlich zugleich. Aber man kann es eigentlich nicht unendlich oder endlich nennen, denn es ist ja nichts. Es ist perfekt sozusagen. Es ist eigentlich nicht existent, aber auch gleichzeitig perfekt ist es gleichzeitig alles und nichts. Das Nichts ist quasi wie eine andere Dimension, eine andere Dimension, die Nichts-Dimension, in der die Naturgesetze nicht wirken, in der einfach alles nichts ist und alles gleichzeitig perfekt. Beziehungsweise in größter Ordnung. Alles ist geordnet, wie in eurem Raum, in eurem Büroraum, in eurem Zimmer, in eurer Wohnung. Da ist alles geordnet. So kann man sich das vielleicht einfach vorstellen, wie der Rasen, der ist gemäht, frisch gemäht. Aber irgendwann gibt es eine Fluktuation, eine Schwankung in eurer Wohnung. Auf einmal fällt irgendwas herunter. Oder der frisch, ordentlich gemähte Rasen wächst auf einmal aus dem Nichts wirr hin und her. So, und aus dieser Fluktuation, dieser Schwankung im Nichts könnte eben auch unser Universum entstanden sein. Durch eine Explosion auf einmal entstand das Nichts und das Universum expandiert ja bis heute. Und wohin expandiert es? Ja, es expandiert im Nichts, denn im Nichts ist ja nichts. Und da ist quasi alles endlich und unendlich. Also kann es quasi unendlich sich ausdehnen in der Theorie. Aber eigentlich ist es ja nicht unendlich, da es ja nichts ist. Und wer weiß, vielleicht ist ja vor dem Big Bang ja wirklich noch etwas entstanden, was wir wirklich nicht wissen. Aus dem Nichts kann ja in der Theorie vielleicht wirklich alles entstehen. Verschiedene Universen mit verschiedenen Naturgesetzen und so weiter. Da sind vielleicht gar keine Grenzen gesetzt. Man weiß es nicht, denn nichts ist ja quasi auch alles oder könnte wirklich alles sein. Das ist natürlich alles sehr populär wissenschaftlich, aber auch die Menschheit wird nie wirklich erfahren, was vor dem Urknall ist. Man wird es wirklich nie erfahren, weil einfach die Naturgesetze hinter dem Urknall aufhören. So, das alles habe ich aber jetzt nur erzählt, um zum zweiten Thema zu kommen. Was hat das alles denn mit den schwarzen Löchern zu tun? Und da könnte es eben auch eine Verbindung vielleicht geben zum Nichts und zu den schwarzen Löchern. Das ist natürlich nicht bewiesen und auch nur eine Theorie. Laut der NASA gibt es aber zu den schwarzen Löchern aber schon ein Originalfoto. Das habe ich euch jetzt mal hier rein projiziert. Und zwar sehen wir hier die Galaxie Messia 87. Hier ein Ausschnitt, eine Vergrößerung. Außenrum ist Materie, sind Sterne und innen drin ist das schwarze Loch, das die Materie einsaugt. Wo das Licht nicht mehr weiter kann, das Licht wird in das schwarze Loch gesogen. Es ist also anscheinend wirklich so, dass das schwarze Loch alle Materie einsaugt. Das sind Millionen von Sonnenmassen. Eine unglaubliche Schwerkraft, die so ein schwarzes Loch hat. Unsere Milchstraße hat ja auch ein schwarzes Loch. Und darum drehen sich alle Sternensysteme, alle Sonnensysteme drehen sich um dieses Loch. Wie der Name schon sagt, man kann hineinfallen. Aber was da drin ist, was am Ende ist, weiß man nicht. Man sagt, die ganze Materie, die ganzen Sonnensysteme, die ganzen Sterne, die Materie, die eingesaugt wurde, die konzentrieren sich auf einen winzigen Punkt. Alles wird auf einen winzigen Punkt konzentriert, die ganzen Sonnenmassen auf einen winzigen Punkt. Aber die Wissenschaftler, die Forscher haben noch kein schwarzes Loch entdeckt, was Materie ausgespuckt hat. Wie kann das also sein? Existieren diese schwarzen Löcher für immer? Oder was ist denn der Zweck dieser schwarzen Löcher? Und da kommen wir vielleicht zu dieser Nichtstheorie. Könnte es denn vielleicht sein, dass das Nichts einfach im schwarzen Loch entsteht? In diesem Punkt, wo alles konzentriert wird, tut das schwarze Loch die Materie alles wieder umwandeln in nichts. Denn wenn selbst das Licht eingesaugt wird und dann auch irgendwann die Naturgesetze aufhören, könnte es doch vielleicht auch sein, dass die schwarzen Löcher quasi die Ordnung, also das Nichts wiederherstellen und so das Universum wieder auflösen, bis es dann wieder zur nächsten Schwankung im Nichts kommt und es wieder einen neuen Uhrenknall gibt, ein neues Universum oder vielleicht mehrere Universen gleichzeitig. Die große Frage bleibt immer noch, wie kann aus Nichts etwas bestehen? Woher kommen denn die Baupläne, die Naturgesetze? Wie kann sich denn das alles entwickeln? Wie kann von 0 auf 100 auf einmal so etwas da sein? Woher kommt das alles? Bis dahin, genießt die Zeit auf der Erde und bis zum nächsten Video. Ciao und bis bald.